Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Skywars hier auf dem GOMMT-Untert-Server. Heute spielen wir mal eine 3er... Oh lol, die... Ja, ich denke mal wir werden noch eine zweite Runde spielen. Das ist so eine 3er-Team-Runde, weil ich dachte ich möchte mal ein bisschen gegen Teams kämpfen und so, aber die Runde ist anscheinend irgendwie... Komisch, dass sie so früh gestartet hat, dass sie gar nicht voll wurde. Wundert mich auf jeden Fall ein bisschen. Aber ja, vielleicht wird die ja ganz okay, dann hänge ich halt echt noch eine Runde ran, weil ich denke, nur die Runde wäre ein bisschen langweilig. Muss man gucken. Ich hoffe, dass mein Team auch relativ schnell stirbt, dass ich halt schon für alleine machen kann. Wäre eigentlich schon ganz schön. Okay, wir holen uns jetzt mal kein bestes Schwert, ich weiß, dass ich mir da alles craften kann, aber ich gehe jetzt lieber schnell kämpfen. Geht ja, ist schon ein Weg in die Mitte. Ich weiß jetzt gar nicht, wo unsere Gegner sind. Wahrscheinlich sind die genau auf der anderen Seite. Kommt, das zeigt irgendwo nach hinten. Oh, das ist natürlich scheiße. Mal gucken. Okay, ich bin jetzt auch in der Mitte angekommen bei meinen Teamkameraden. Keine Ahnung, beide sind in der Mitte. Ich weiß nicht, ob sie beide das Enderman-Kit genommen haben oder so. Auf jeden Fall nice. Ich habe gute Mates. Ich wollte es ja eigentlich schlechter haben, aber kann sich halt nicht immer aussuchen. Okay, wir können uns jetzt auch ein schönes Diash-Wert craften. Vielleicht ein bisschen Rüstung wäre auch noch. Ganz in Ordnung. So, das reicht doch schon. Und ja, dann holen wir jetzt ein Diash-Wert. Ein Schaden können wir es nicht, weil wir keine Erfahrungsflaschen haben. Ah, kacke. Aber ist ja auch egal, brauchen wir auch nicht. So. Dann gucken wir mal. Da hinten sind welche. Ja, dann baue ich mich mal nach dort. Ich weiß nicht, ob die noch eine Ender-Pedde. Für mich haben wir auch schön. Solange sie jetzt nicht vorgehen mit einer Ender-Pedde und da alle töten und ich kriege nichts ab. Ich weiß sogar nicht, ob ich eine zweite Runde ranhänge, weil die wahrscheinlich auch relativ lange gehen wird. Besonders in letzter Zeit, ich habe so wieder das Gefühl, also in letzter Zeit, ich habe jetzt auch, ich spiele nicht so viel Skyward, ich habe jetzt eben ein paar Runden einfach so gespielt. Und die Leute sind so richtig am Campen, keine Ahnung. Verstecken sich alle so mega viel, habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum, ob das so Spaß macht oder keine Ahnung. Wundert mich ein bisschen. Okay. Ich brauche jetzt endlich ein paar Blöcke. Ah, hier. Nice. Okay, ich kann auch entschaden, glaube ich. Ich weiß, ich habe zwei. Einen, ich denke, wird wahrscheinlich nicht reichen. 1.8. Nee. Okay. So, jetzt habe ich auch ein paar Blöcke, jetzt kann ich mich auch weiter rüber bauen. Okay, die Gegner bauen sich auch schon zu uns. Die zwei haben so beide Full-Dia. Bei mir wollen sie nichts abgeben. Nee, ich will ihn nicht töten. Und er hat eine Ender-Panette, das heißt, er klaut mir jetzt alle Kills. Oh, ich hoffe, er ist gestorben. Nee, ich glaube, da ist ein anderer gestorben. Ich glaube, er lebt noch. Einen Kill haben wir gemacht. Naja, besser als keinen. Aber halt nervig, dass er auch eine Ender-Perle hat ausgerechnet. Okay, den Dia-Ham nehme ich mir noch. Und dann gucke ich mal weiter, was ich noch so in der Runde hier reißen kann. Okay, er stirbt einfach so ohne Grund. Kann man mal machen. Okay, ich bin jetzt alleine gegen den Dreier-Team. Das ist vielleicht auch ganz okay. Das könnte ja auch interessant werden, weiß ich nicht. Ich gucke jetzt erst mal, dass ich mir vernünftigen Stuff nehme. Okay, ja, ich kann mir wohl Dia machen. Aber ich weiß gar nicht, ob er eine Enchantete-Dia-Rüstung hatte, der eben gequittet ist. Keine Ahnung. Also, ich glaube, sein Maid ist gestorben und deswegen ist er in eine neue Party gegangen oder so. Äh, in eine neue Runde halt. Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Okay, das war noch Enchanted. Ich muss mich auf jeden Fall sehr gut jetzt ausrüsten. Für den Endkampf sozusagen. Ich weiß gar nicht. Was ich hier noch wegwerfen will. Okay. Schutz habe ich alles. Brauche ich nicht. Das kann ich gebrauchen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwo eine Suppe lag. Weil ich brauche jede Suppe gegen ein Dreier-Team. Könnte schon hart werden. Ich versuche einfach, ich hoffe, dass sie auch vernünftig kämpfen und nicht ganz viel zu versuchen, mit TNT mich irgendwie wegzuschießen oder so. Kann ja sein. Deswegen. Mh. Okay, ich muss mein schönes Haus verlassen. Weil die Leute brauchen zu lange. Ich weiß nicht, ob sie jetzt langsam mal kommen. Ich kann denen natürlich auch schon einen Weg bauen. Das ist vielleicht auch gar nicht so dumm. Mh. Ich denke. Vielleicht benutzen sie den auch. Ich weiß gar nicht, ob sie wahrscheinlich sehr misstrauisch und denken. Keine Ahnung was. Ich weiß nicht, was so. Wahrscheinlich haben sie gestern Minecraft gekauft oder so. Keine Ahnung, aber. Was ist denn los mit ihnen? Ey. Die sind alle da unten drin. Jetzt muss ich eigentlich rauf gehen. Weil da unten könnte ich sie easy besiegen. Das ist wahrscheinlich auch ihr erster Win oder so. Ich will nämlich nicht wundern. Obwohl. Okay, der Spieler ist auf jeden Fall schon mal sehr intelligent. Hä, wieso bin ich hier draußen? Habe ich gerade eine Enderperle geworfen? Kann sein, dass ich aus Versehen eine bekommen habe. Okay, er wirft ganze Zeit Enderperlen. Der Felix Pfiffi oder wie der heißt. Richtig pfiffiges Kerlchen. Ach du Kerl. Was sind das für Leute gewesen? Wo ich hier rumgehe. Ja. Krassestes Dreierteam Takeout ever, würde ich sagen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Okay Leute, wir sehen uns auch in der nächsten Runde. Die ist einfach schon gestartet, als ich reingeschönet bin. Ganz gemein. Und ja, dann gucken wir mal, was hier zu reißen kann. Diesmal nur eine kleinere Runde. Die Runde eben ging schon irgendwie 14 Minuten oder 13 oder so. Und deswegen ist es nervig, wenn die Leute halt alle so, keine Ahnung, nicht zu einem hingehen und man immer selber alles machen muss. Ist halt echt ein bisschen nervig. Aber ja. So, gucken wir mal. Wir haben nicht so guten Stuff, da wir halt einfach kein Holz noch haben. Da müssen wir uns relativ schnell drum kümmern, würde ich sagen. Ich glaube, ja, ich baue mich einfach sofort zum nächsten hin. Gucke, dass ich ihn töte, von ihm ein bisschen Holz bekomme. Ich denke, das ist so jetzt die beste Variante. Und ja, da fällt schon jemand, ich hoffe, das ist... Wahrscheinlich hat er sich nicht richtig rüber gebaut oder so. Wurde getötet, okay. Hm. Oh, lol, hinter mir ist noch jemand. Er hat einen 90-Exe-Skin. Ah, kacke, Suppe gedroppt. Okay. Der war nicht so gut. Ja, lol, da hatte ich kurz einen Leck. Hm, egal. Haben wir sie beide platt gemacht? So, jetzt haben wir wenig Suppen. Ich habe eine irgendwie nicht richtig essen können. Weil man kann in Skyhorse halt die Suppen nicht so richtig essen. Ich weiß nicht, wo hier das Problem ist bei denen. Natürlich liegt es auch ein bisschen an der 1.8. Aber zum Beispiel hier gibt es ja auch so ein Rankzeug. Und sonst, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Kann ja auch anders sein. Sonst gab es eigentlich immer keine Probleme. Hatte ich jedenfalls nicht so wirklich beim Suppenessen. Wenn dann ab und zu mal natürlich wegen der 1.8. Aber hier in Skyhorse, da geht es irgendwie manchmal irgendwie gar nicht. Da droppt man jede Suppe. Ist manchmal ein bisschen schade. Okay. So, dann bauen wir uns mal schnell hier rüber. Wir haben nur 5 Suppen. Aber ja, ich könnte mir auch Holz holen. Ich habe halt keine Axt. Und deswegen habe ich da nicht so Bock drauf. Ich denke, wir gewinnen auch so. Wir haben nämlich auch keine schlechte Rüstung. Wir sind ungefähr Full Iron jetzt von den Rüstungspunkten her. Was ja auch reichen sollte. Okay, die Leute sterben immer wieder alle. Das ist so nervig. Leute, warum sterbt ihr denn? Okay, der kommt glaube ich zu mir. Sehr schön. Okay, dann kann er von mir aus herkommen. Dann machen wir ihn fertig. Ich bin bereit. Komm her. Bitte kämpft jetzt nicht so lange. Bitte. Okay, er isst was. Wahrscheinlich ein Gold davon. Dann kommt er. Oh ja, er kommt runter. Nice. Och, Junge. Einer fällt runter. Einer ist da auf einmal oben. Och, Leute. Achso, er hat ihn getötet. Okay, da haben wir ihn. Ich habe wieder irgendwie ein paar Suppen gedroppt. Das ist immer ein bisschen nervig. Okay, oh, lol. Wir haben so viel Stuff auf einmal. Okay, ich stelle mich mal kurz hier hinterher hin. Ich weiß gar nicht, ob ich nur Spinnnetze abbau brauche. Ich glaube, ich auch nicht. Ich würde... Und Leute, da ist Wasser mit der Runde. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Und es ist echt lächerlich, wie schlecht manche Spieler hier sind. Aber ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ciao, ciao.